Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Freunde, zu meinem Videoblog Nummer 190. Ja, letzter Samstag, Beginn der, Freitag war Beginn der Fußballer Europameisterschaft und Samstag hat Deutschland das erste Gruppenspiel gegen Portugal gewonnen. Cristiano Ronaldo hat trotz Frisur, trotz 5 Kilogramm Haarwachs auf den Haaren, hat er leider weinen müssen am Schluss und die Haare so ein bisschen waren verbuschelt, ne, er hat nicht gehalten, perfekter Halt, 3 Wettertaft, Cristiano Ronaldo, egal, wir haben 3 Punkte und heute Abend, es ist heute Mittwoch, Mittwoch und es geht heute an diesem 13. Juni um einen Klassiker. Deutschland, Holland, ja, ein Robben, der nicht trifft, äh, naja, wir haben ja auch einen gehabt, der, der daneben geschossen hat. Das Trikot habe ich heute da, Bastian Schweinsteiger und natürlich ziehe ich heute ein Schlaanz-Trikot an, das werde ich jetzt gleich mal tun, denn heute Abend geht's schwarz-rot-gold, nur für Deutschland, es zählt heute nur ein Sieg gegen die Käsköpfe, haha, ja. So, und ich hoffe, ich kann heute wieder ein Autokorso machen, durch Neckargemünd, ja, die Korsos sind ja jetzt noch nicht so groß, äh, das geht ja erst los, wenn wir ins Viertelfinale kommen, Halbfinale, und ich hoffe, dass es Deutschland dieses Jahr soweit schafft und dass Deutschland Europa Meister wird, das wäre super geil, ja, und, auf jeden Fall, oh, Cristiano Ronaldo, du tust mir so leid, ja, die spielen ja heute gegen, Portugal spielt ja heute gegen Dänemark, äh, Dänemark ist ganz schön gut, die haben letztes Holland besiegt mit 1 zu 0, mh, ich glaube, die können auch Portugal packen, die knacken die, die Jungs knacken die, das weiß ich, und, auf jeden Fall, Bastian Schweinsteiger wird heute treffen, ein Robben hat seinen Tief immer noch, und der wird haushoch vorbeischießen, ne, hoffen wir es mal, also ich drücke ganz fest die Daumen heute. Die deutsche Fußballmannschaft ist auf dem Weg, äh, ins Endspiel, aber erstmal kommen die ganzen Finales, ne, sie sind ja auf dem richtigen Weg, und auf dem Weg will ich euch heute auch singen, das Lied ist von Marc Foster, und den Song gibt's heute auf die Ohren bei meinem Videoblog. Viel Spaß! Wir sind auf dem richtigen Weg, Deutschland! Geht's mal nach links, dann bieg ich nicht ab, ich fahr' geradeaus und mach' keinen Stopp. Geht's mal nach rechts, ich fahr' dann vorbei, ich schau' hinterher, doch bleib' dabei. Und manchmal glaub' ich, ich geh' wie auf Schienen, ich folg' dem Weg, doch will da gar nicht hin. Ich weiß jetzt auf dem Weg, auf dem ich lauf', bin ich an so vielen vorbeigeraust. Auf dem Weg liegt, was ich such'n, ich schau' jetzt hin, ich lass' es endlich zu. Gibt's mal einen Halt, dann steig' ich nicht aus, ich bleib' einfach drin und sitz' es aus. Es kann kommen, was will, ich bleib' auf der Bahn, ich such' in das Ziel und komm' nicht an. Und manchmal glaub' ich, ich geh' wie auf Schienen, ich folg' dem Weg, doch will da gar nicht hin. Und weiß jetzt auf dem Weg, auf dem ich lauf', bin ich an so vielen vorbeigeraust. Auf dem Weg liegt, was ich such'n, ich schau' jetzt hin, ich lass' es endlich zu. Gibt's mal nach links, dann bieg' ich nicht ab, ich fahr' gerade aus. Es kann kommen, was will, ich bleib' auf der Bahn, ich such' das Ziel und komm' nicht an. Ich weiß jetzt auf dem Weg, auf dem ich lauf', bin ich an so vielen vorbeigeraust. Auf dem Weg liegt, was ich such'n, ich schau' jetzt hin, ich lass' es endlich. Ich schau' jetzt hin, ich lass' es endlich zu. Ja, man muss manchmal den Weg, auf den man geht, verlassen und mal nach links und rechts schauen, damit man nicht alles verpasst, was da so einem das Leben bieten kann. Und das Leben wird uns heute Abend hoffentlich einen Sieg bieten über Holland. Holland muss dann leider die Koffer packen und Jogis Jungs dürfen weiter. Und wenn wir heute gewinnen, sind wir schon sicher, durch diese Vorrunde, das wär' richtig cool. Ich bin heute Abend für Deutschland! Ihr auch? Ja, macht's gut. Bis zu meinem nächsten Videoblog. Passt auf euch auf. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Rainer. Ciao. Ciao.